servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal der handelsposten er bekommt bald wieder neue items und zwar pünktlich zum ersten april dank des ptrs der jetzt schon live ist für season 4 können wir uns schon mal angucken welche items ab dem ersten april auf uns zukommen und ich kann nur sagen es wird piratik also blizzard hält dieses plunderstorm thema auch im handelsposten aufrecht und gleichzeitig kann ich auch schon mal sagen wird es ein sehr sehr geiles mount geben welches es früher nur für 25 euro im shop gab also wer da noch devisen übrig hat und ein richtig cooles mount haben möchte der sollte die augen auf jeden fall darauf gerichtet haben wir schauen uns die ganzen sachen mal auf meiner webseite an und wir legen los mit einer schatztruhe und wir sehen es ist ja hinterlegt in blunderstorm kategorie also einmal noch ja was mit piraten zu tun hat und einmal der standard katalog also das sind dann thematische items die damit nichts zu tun haben wir haben dann hier die schreckensflut und das ist eben jenes mount was ich meinte richtig richtig nice gab es sehr lange zeit für 25 euro im battle net shop wurde dann rausgenommen könnt ihr euch jetzt dann für 750 devisen kaufen ein sehr sehr geiles mount dann haben wir ein ensemble das seht ihr hier in seiner vollen pracht besteht aus einer tunika also dem oberteil einem gürtel wir haben höschen und boots die da dazu gehören 650 devisen kostet der ganze spaß dann haben wir crimson bicorn das ist dieser piraten spitzhut den es da oben zu ergattern gibt in einem knalligen rot dann haben wir einen ja eher handelsüblichen piratenhut in schwarz mit toten kopf vorne drauf wir haben diesen wunderbaren den finde ich übrigens sehr sehr großartig frenzied hat auf die deep blue das ist einfach mal ein hut mit einem plüschhai oben drauf der ist wirklich weltklasse den möchte ich auf jeden fall haben den finde ich sehr sehr geil dann gibt es noch mal einen piratenhut diesmal nicht komplett in schwarz sondern in schwarz rot mit toten schädel vorne drauf und es gibt noch mal ein ensemble diesmal mit ein bisschen anderen farben wieder mit tunika gürtel hosen und füßen dazu dann einmal für ihr sehr frühlingshaft passt sehr gut zum demon hunter wie ich finde auch ein ensemble bestehend aus einem hut und einer robe in zartem rosa wir haben eine kampf schildkröte für 500 devisen als right mount dann haben wir noch mal ein transmog set diesmal bestehend aus einmal so einem hemd einem gürtel hosen in braun und dazu auch wieder farblich passenden schüchen wir haben zwei einhand dolche die wie ich finde sehr sehr nice aussehen wir haben einen sonnenhut also auch da passend zur eiersuche vom nobelgarten fest könnt ihr euch den auf den kopf pflanzen wir haben einen kriegshammer zweihand streitkolben ein richtig dickes gerät sieht ebenfalls sehr sehr nice aus dann das hatten wir teilweise auch schon mal dieses bandolier einfach passt sehr gut zum schurken mit so ein paar pfeilen und wurf geschossen hinten auf dem rücken ersetzt dann euren umhang wenn ihr das transmoggt wir haben einen bogen den emerald guardians longbow also angelehnt an den smaragd grünen traum wir haben den helm of the stout also einen schönen kleinen wikinger helm kann man bestimmt auch das ein oder andere bierchen draus trinken wir haben blade masters violet stones das ist eine brust transmog vz nehmen brust transmog das sind dann diese kugeln die um euren hals hier tragt delicate silk parasol das hatten wir letzten monat auch schon ein spielzeug und zwar ein schirm mit dem ihr dann durch die gegend gleiten konnte scheinbar ist der diesmal dann in einer anderen farbe seidenfarben ich glaube der letztes mal war grün dann haben wir ein florales gelbes kleid eine offhand in form eines buchs wir haben hier ein richtig dicken eine richtig dicke stangenwaffe zweihand sehr sehr martialisch noch mal ein kleid beziehungsweise ein brust item in grün wir haben schultern für stoffträger wir haben ein hemd auch im frühlings look angesiedelt ein violetten wappen rock gibt es noch und dazu auch diese dinge hatten wir schon mal diese vagabunden sachen die kombo hier in ja es ist so camouflage ton kapuze und umhang das ganze gibt es dann auch noch mal mit einem schal vorne dran da guckt der char hier gerade in die falsche richtung es gibt ein gilded emerald long cloak also einen schönen umhang dann haben wir hier noch mal lila handschuhe die bis oben zu den schultern gehen das ganze noch mal als sarong also für die beine einen relativ simplen stab in holzoptik dann noch zwei einhand äckstchen auch die für den holzfäller look würde ich fast behaupten und dann ebenfalls sehr sehr beliebt sind diese schulter polster die sich jetzt so aufteilen hier in grün in lila gibt es die dann auch noch mal es gibt einen roten gürtel dann hier noch mal ein paar boots und zu guter letzt ein paar höschen wie beispielsweise auch passend zu diesem einem floralen hemd was wir dann eben hatten wenn ihr dann noch den handelsposten abschließt also euer reisetagebuch zu 100 prozent entfüllt bekommt ihr diesen kleinen kompagnon an eurer seite aura eine sehr sehr süße kleine ente mit so einem kleinen blümchen als hut auf dem kopf sehr sehr niedlich kam glaube ich rein mit dem amitra seal raid da gab es so ein mob auch da drin also das finde ich sehr sehr putzig und alles in allem ist das ja das line up gab schon mal bessere würde ich behaupten aber ein richtig richtig starkes mount das solltet ihr euch nicht entgehen lassen dementsprechend schreibt sehr gerne in die kommentare welche items ihr am besten findet bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen bis dahin 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 bis dahin